Hallo alle Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Nerdy Tech Review. Heute mit einem kleinen China Gadget, dessen genaue Bezeichnung ich euch leider, ehrlich gesagt, raussuchen muss. Ich habe die Verpackung hier neben mir, aber ich muss gestehen, so wirklich vielsagend ist die ehrlich gesagt nicht. Das heißt, ihr werdet unten in der Videobeschreibung einen passenden Kauflink finden, in der Hoffnung, dass es wirklich das ist, was ich hier in der Hand halte. Ansonsten gibt es davon eine ganze Menge Alternativen, aber das heutige Thema, ihr seht es da unten rechts schon vor euch liegen, ist kabelloses Laden mit eurem Lightning-fähigen iPhone. Das ist die einzige Bedingung. Wir warten ja alle noch sehnsüchtig auf September, Oktober, wenn dann hoffentlich neben dem 7S auch das iPhone 8, hoffentlich dann auch mit Wireless Charging, sprich also mit dem sogenannten Qi-Standard auf den Markt kommt. Und man weiß es alles nicht, die Gerüchteküche brodelt seit Wochen über mit allen möglichen Features, die sich die Leute schon seit Jahren wünschen. Da sind auch so Traumvorstellungen bei, wie Touch-ID im Display integriert und so weiter. Genaueres weiß man aber nicht. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute mal eine kleine, aber relativ stylische Möglichkeit, wie ihr euer Lightning-iPhone heutzutage schon Wireless-Charging fähig macht. Und zwar seht ihr hier einmal ganz kurz die Verpackung, ich gehe gleich direkt aufs Produkt ein, von, ja, ich tippe jetzt mal, die Firma ist vielleicht Fantasy, keine Ahnung, Wireless and Limitless, Wireless-Charger. Was erfahren wir von der Verpackung? Wir haben eine Fast-Charging-Speed, das finde ich relativ, Charge-Output mit bis zu einem Ampere, das ist also nicht wirklich viel, das ist ja noch so eine Träumerei für alle Apple-Fans. Quick-Charging 3 oder 2.0, jetzt ist gerade der 3.0-Standard erschienen. Haben wir alles noch nicht, müssen wir immer noch drauf warten. Von daher 20 Minuten, 80% und solche Sachen, das ist wirklich Wunschträumerei für Apple-Besitzer. Low Temperature, High Efficient Driver Design, das gucken wir uns gleich an, ist halt echt ein relativ stylisches Ding mit seinem Glaskörper. Und es ist relativ sicher gebaut, mit einem eingebauten Überspannungs-, Unterspannungs- und Kurzschlussschutz. Ganz nett, Onput haben wir hier noch, Input, was alles reinkommt, wie das Ganze verbunden ist, zeige ich euch gleich. Die Transmission Distance ist ganz interessant, also natürlich funktioniert das Ganze hier über eine relativ kurze Distanz, nur und zwar 8 mm. Ladeeffizienz liegt bei über 73%, naja, wie man das jetzt einschätzen soll, ist relativ. Und der Output, auch wenn da Onput steht, ist 5 Volt bei einem Ampere. Ihr merkt also schon, für mein iPhone 7 Plus ist das leider nicht wirklich viel und es dauert auch dementsprechend lange. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie es funktioniert. Ganz vorneweg, ihr seht da hinten einen kleinen USB-Hub, kommt einfach nur dieser Charger. Wopala, Entschuldigung, dieser Charger hier. Ist so ein kleines Glaspad, leuchtet rot, wenn er im Betrieb ist, steht auch drauf. Moment, so rum, Wireless and Limitless, Fantasy Wireless Charger. Kommt hier hinten ein Micro-USB-Anschluss rein, ist im Lieferumfang. Und das Ganze braucht dann, wie gesagt, einen USB-Anschluss an einem Handynetzteil oder halt am Laptop, PC, was auch immer. Wie sieht das Ganze dann am Handy aus? Das kann ich euch hier jetzt nur so zeigen. Ich könnte es auch zwischen, so ist es wahrscheinlich empfohlen, Case und Handy kleben. Es ist, wie ihr hier vielleicht so sehen könnt, relativ dünn. Ich habe es jetzt hier so stylisch mit dieser Film festgeklebt, es ging halt nicht anders. Und hier unten kommt dann einfach, da seht ihr meinen Lightning-Port, wenn der Autofokus mich nicht verlassen würde, ein kleiner Stecker rein. Hinten drauf steht auch das wirklich Wichtige, nämlich Wireless Charging Receiver. Das ist also das Ding hier, was relativ mittig auf diesem Glaspad liegen muss. Und vor iPhone 7 bis hin zum 5C. Das ist ja das allererste, beziehungsweise das 5er und das 5C, die den Lightning-Anschluss hatten. Jetzt versuche ich den mal einmal kurz da rauszufummeln. Und es funktioniert. Hinten auf dem Pad steht dann allerdings auch noch drauf, hier genau, dass der Output auch bei einem Ampere liegt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade irgendwie auf 800 mA kam. Vielleicht steht es irgendwo auf der Verpackung. Es braucht halt seine Zeit. Das ist für Leute mit 4 Zoll iPhone oder 4,7 Zoll, sprich iPhone 6, 6S und so weiter, vielleicht noch machbar. Für die 7 Plus User, hier seht ihr jetzt einmal diesen Steckeranschluss, der einfach nur da unten reingesteckt wird, ist es halt schon eher eine relativ langwierige Angelegenheit. Ist ja an sich gar nicht so ungesund für die Batterie. Wenn man es nachts machen kann, hat man es einfach so kabellos auf dem Tisch liegen, auf dem Nachttischchen und kann es die ganze Nacht über entspannt laden lassen, dass es funktioniert. Gucken wir jetzt hier nochmal einmal. Ja, das meinte ich mit mittig drauflegen. Probieren wir es nochmal ein bisschen ordentlicher hier irgendwo. Na komm. Ah, ja, okay. Es verzögert auch so ein bisschen, aber jetzt seht ihr es auf dem Ladebildschirm. Es funktioniert, hat allerdings auch manchmal, wie ihr jetzt gerade seht, einen leichten Wackelkontakt leider. Ist an sich, wenn man es gut versteckt zwischen Case und Handy mit Sicherheit, eine ganz stylische Methode. Funktioniert, dauert seine Zeit. Kostet so ungefähr um die 20 Euro. Ich denke mal, so in diesem Preissegment werden auch die Alternativen liegen, die ich euch unten verlinkt habe. Fand ich einfach nur interessant zu erwähnen. Wir warten weiterhin. Ihr könnt mich ja mal unten in den Kommentaren mit Anregungen, nicht nur zum Video, sondern auch mit euren Erwartungen zum iPhone 8 und zum Thema Wireless Charging erleuchten. Und ist es überhaupt ein Thema für euch oder sagt ihr mal ganz ehrlich, also das ist jetzt für mich kein Drama. Ich komme so lange mit Kabel klar. Ich brauche nicht unbedingt die kabellose Technologie. Oder habt ihr vielleicht auch schon mal was mitgekriegt von einem Patent, das Apple ja vor geraumer Zeit schon mal angemeldet hat, das dann Wireless Charging auch ohne dieses Pad ermöglichen würde. Quasi über natürlich Induktion und über etwas größere, stärkere Magnetfelder. Da ging es dann darum, dass man diese Technologie zum Beispiel hinten in einen iMac einbauen könnte. Und ihr bräuchtet das iPhone einfach nur noch auf den Schreibtisch legen. Weil ganz ehrlich, natürlich ist es an sich Wireless. Aber wenn wir uns das Ganze mal angucken, gerade jetzt hier in meinem USB-Hub Setup, könnte ich ja auch einfach, anstatt das Micro-USB-Kabel in den Charger zu stecken, ein Leitendkabel vom USB-Hub direkt in mein iPhone stecken. Ist relativ außerdem für iPhone 7 und 7 Plus User natürlich wichtig, wer sich eine Anschaffung hier überlegt und das Produkt interessant findet, ihr verliert den einzigen Port am ganzen Handy, den ihr noch habt. Also wenn ihr keine Bluetooth-Kopfhörer besitzt, dann ist dieser Port permanent besetzt. Oder ihr müsst, wie ich es ja gerade einmal kurz vorgemacht habe, regelmäßig, sobald ihr dann ein Kabel benutzen wollt, zum Beispiel so wie ich im Auto, wo ich das auch sehr, sehr nützlich und sehr häufig benutze und nützlich finde, müsst ihr halt das Ding da wieder rausfummeln, um dann zum Beispiel eine USB-Verbindung mit eurem Autoradio oder ähnliches herzustellen. Ist sicherlich Geschmackssache, trotzdem, wie gesagt, ein sehr interessantes Produkt und deswegen sage ich schon wieder, danke fürs Zuschauen, Fragen und Anregungen unten rein, Daumen da lassen, wenn euch das Video gefallen hat und abonnieren nicht vergessen, solltet ihr das noch nicht getan haben und wir sehen uns demnächst wieder, dann unter anderem mit einem kurzen Review zu diesem schicken USB-App hier, den ich jetzt oft genug erwähnt habe, aber noch nicht wirklich namentlich. Was der alles kann, seht ihr schon, aber die genauen Details, wie gesagt, in einem nächsten Review hier. Wenn es wieder heißt, Unboxing, Tutorial oder ähnliches bei Nerditech. Danke fürs Zuschauen, euer Jens von Nerditalk.